Hier ist Sophie Hall, das britischstämmige Model und soziale Medieninfluencerin, die die Welt mit ihren atemberaubenden Kurven und fesselndem Stil im Sturm erobert hat. Derzeit ansässig in den Vereinigten Staaten, hat sich Sophie einen Namen auf verschiedenen sozialen Medienplattformen gemacht, insbesondere auf Instagram, wo sie ihre heißen Mode- und Lifestyle-Fotos teilt. Vertreten durch die angesehene Modelagentur Wilhelmina, begann Sophies Reise in die Welt der Mode und des Modellens, als sie noch in England war. Sie wuchs mit ihren liebevollen Eltern und Geschwistern auf, besuchte eine lokale Schule und schloss ihre Ausbildung ab. Es war während ihrer Abschlussfeier, dass einige Freunde auf ihr außergewöhnliches Erscheinungsbild aufmerksam wurden und ihr Vorschlugen, eine Karriere als Model in Betracht zu ziehen. Im Jahr 2023 ist Sophie Hall 33 Jahre alt, hat eine elegante Größe von 5'7", etwa 1,70 m, und wiegt etwa 63 kg. Mit ihrer bemerkenswerten Reise und ihrem unbestreitbaren Charme inspiriert Sophie weiterhin und hinterlässt ihre Spuren in der Modeindustrie und der sozialen Medienlandschaft.